Wir fangen an mit einer sehr, sehr traurigen Nachricht. Die Eichhörnchensocken haben Löcher. Ich liebe meine Eichhörnchensocken. Es sind kleine Eichhörnchen drauf, mit Nüssen. Gute Morgen, meine Freunde. Heute machen wir erst mal auf. Dann gehen wir paddling. Nee, paddeln, glaube ich. Paddeln. Aber ist da nicht das Tu-Wort paddling? Guten Morgen, liebe Freunde. Heute gehen wir paddeln. Was ist paddeln? Paddeln ist eine Mischform aus Squash und Tennis. Und ich freue mich schon darauf. Wir haben eine Trainingsstunde. Und ich hoffe, ihr werdet gleich dabei sein. Und was ist der Standardsatz in Sydney? Was für ein geiles Wetter. Frühstück. Und jetzt geht's los. Paddling. Paddeln. Are you ready to get beaten by this one? You wish. By this one? Das ist mit Matt. Ah, ja, ich bin Pera. Aber Matt ist jetzt kommen. Das war gut. Wir sind fertig. Das hat aber richtig Spaß gemacht. Ich kann es nur empfehlen. Also, das soll in Deutschland ja auch ganz groß sein. Na ja, sucht mal nach dem nächsten Paddeln-Tournament. Abends die Haare waschen, ungetrocknet als Wettlegen. Dann kommt das Ball raus. Tschö, da. Tschö, da.